Moin Freunde, ich bin es Sven, der Invest-Ingenieur. Heute heißt es wieder Sven schon, denn schon, Zeit für die Depot-Inspektion. Wir rösten das 100.000-Euro-Depot von David. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine eigene Meinung und Abfahrt. Ja und dann schauen wir direkt mal in Davids Depot hier hinein. Wir sehen, er hatte mal 103.000 Euro investiert. Momentan ist das Ganze noch 95.500 Euro wert. Ja, wie setze ich das zusammen? Wir haben Kursverluste, Buchverluste von 7.500 Euro, das sind etwa 7,3%. Er hat Verluste realisiert von 1.300 Euro und Dividenden erhalten von 1.000 Euro. Immerhin, das gleicht einiges wieder aus. Performance-technisch und das sehen wir eben hier. Er, wie gesagt, ist momentan im Minus. Wir nehmen mal den MSCI World als Vergleich mit dazu und den hat er outperformed um fast 10%. Allerdings ist seine Strategie eher Dividenden orientiert und wir nehmen mal den FUZI All World High Dividend mit dazu. Den nehme ich ja immer gerne als Referenzindex im Bereich Dividenden. Und was wir hier eben sehen, den hat er eben nicht outperformen können. Hier haben wir schon Delta von fast 12%. Das heißt, renditetechnisch wäre da einiges mehr möglich gewesen. Und den Grund sehen wir hier. Der Grund liegt aus meiner Sicht ganz klar in der Portfolio-Zusammenstellung, in der Diversifikation. Wir haben hier etwa ein Viertel Amazon-Aktien, 23,2%. Dann der MSCI World, 11%. Finde ich gut, dass der mit dabei ist. Passt natürlich nicht ganz, wenn man so will, zu deiner Strategie mit starkem Dividendenfokus. Etwas wachst du mit rein. Aber den als Anker zu haben, finde ich immer gut. Dann kommt Visa mit 11%. Dann kommt Intel mit um die 10%. 3M mit um die 10%. Johnson & Johnson mit 9%. Microsoft mit 7% bzw. 6,666. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Coca-Cola mit knapp 6%. L'Oreal mit etwas über 5%. Dann Apple mit etwas unter 5%. Und ASML als kleinster Wert mit gut 4%. So, und was sehen wir hier? Du hast 11 Aktien im Depot, also 11 Positionen. Wenn du jede gleichgewichtet hättest, wärst du etwa bei 9%. Und das wäre auch möglich gewesen. Und dann hättest du das Problem mit den Verlusten momentan nicht. Wenn wir gucken. Amazon halt stark übergewichtet. Hier, zwar nur 8% im Minus. Wir gehen erstmal die, vielleicht erstmal die Performance durch. 8% hier, 9% im Minus. Visa 7% im Minus. Der MSCI World nur 3%. Intel 33, fast 34%. 3M 20%. Johnson & Johnson 20%, fast im Plus. Microsoft ein bisschen im Minus. Coca-Cola 30% im Plus. Und so hin und her und kreuz und quer. Kommt nicht ganz auf Null. Du wärst trotzdem im Minus, wenn du alles gleichgewichtet hättest. Aber die Intel Position zum Beispiel, die war ja mal bei 15.000 Euro. Die wäre so von 10 auf 7 gefallen. Zum Beispiel, wenn du dann an der Stelle Coca-Cola höher gewichtet hättest. Die wäre mal bei 10.000 Euro gewesen. Jetzt bei 13.000. Einfach mal so ganz vereinfacht angenommen, wenn wir das von Anfang an investiert hätten und gleich verteilt. Insgesamt hättest du also quasi mit einer vernünftigeren Streuung hier deine Verluste reduzieren können. Du hättest das Risiko minimiert und auch die Verluste minimiert. Ich weiß, ich reite immer gern darauf rum. Ich bin halt ein Freund davon, das Risiko zu streuen. Und das sehe ich hier wirklich tatsächlich als größtes Problem an der Stelle. Natürlich kann es jetzt sein, dass in 5 Jahren Amazon hier der absolute Outperformer ist. Oder Intel ein super Turnaround gelingt. Im Nachhinein weiß man das immer. Stand jetzt sehe ich einfach nur, wir haben hohe Verluste. Und da hätte man vielleicht das eine oder andere dran verändern können. Ja, Titelauswahl an sich. Die Titelauswahl an sich finde ich völlig in Ordnung. Wir haben hier jetzt keinen Wert drin, der wirklich überrascht. Aber das sind alles solide Unternehmen. Intel und 3M vielleicht noch die kritischsten. Aber wenn Intel und 3M die kritischsten Unternehmen sind, ist das aus meiner Sicht dann trotzdem ein Klagen auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Ein Hinweis noch zur Amazon-Aktie. Und natürlich ist das schwer, diese Aktie irgendwie handelbar zu haben. Und wir sehen hier, du hast immer eine einzelne gekauft. Hier für mich, wenn Aktien so teuer sind, macht es lieber. Sucht euch einen Broker, wo die sparplanfähig ist. Dass man vielleicht immer nur so 1000 Euro bespart. Weil das ist natürlich schon eine ganz schön relativ hohe Summe hier an der Stelle. Du hast gesagt, deine normale Sparquote liegt nur bei 1000 Euro. Und da vielleicht dann eher den Weg gehen, das mit Sparplan zu machen, als dann so hohe Einmalkäufe relativ gesehen. Ja, so viel erstmal dazu. Einiges an Kritik, einiges an harter Kritik. Wie gesagt, es ist nie persönlich gemeint. Es geht immer nur um die Sache. Und wir springen mal gemeinsam zur Bewertung. Meine Kriterien kennt ihr. Ich bewerte die Performance. Ich bewerte die Diversifikation. Ich bewerte die Strategieumsetzung. Dabei nicht unbedingt die Strategie. Die bewerte ich in der Performance und der Diversifikation schon mit. Und natürlich die Titelauswahl. Performance. Kriegst du von mir 3 von 5 Schraubenschlüssel. 3 von 5 Sternen. Ja gut, Sterne passt nicht ganz. Warum 3 von 5? Du hast den MSCI World outperformed. Den FTSE All World aber nicht. Das kannst du natürlich nicht ganz, weil du auch ein bisschen auf Wachstum setzt. Und Wachstum ist zuletzt im Markt und auch mit deinem Einstiegszeitpunkt schwer hatte. Deswegen hier, ich sag mal, so ein bisschen gnädige 3 von 5. Insgesamt aber, gerade wenn du auf Einzelaktien setzt, finde ich, muss die Performance noch ein bisschen besser werden. Ja, springen wir dann weiter. Diversifikation. Und hier tatsächlich nur 2 von 5. Aber auch wirklich gnädige 2 von 5. Wenn der MSCI World hier nicht Top 2 wäre, hätte ich sogar nur 1 von 5 gewesen gegeben. Ich bin Freund von Streuen. Ich bewerte hier. Deswegen, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Und die Verluste werden einfach mit einer besseren Verteilung momentan nicht so hoch. Strategie auch nur 2 von 5. Hier wohlgemeinte 2 von 5. Wir haben schon drüber gesprochen vorab zusammen. Es fehlen einfach noch so ein bisschen Dividendentitel. Microsoft ist für mich kein Dividendentitel. Amazon ist für mich kein Dividendentitel. ASML auch nicht. Und auch Apple nicht. Da ist einfach die Dividende zu niedrig. Selbst Visa sehe ich hier an der Stelle kritisch. Aber du hast auch gesagt, du hast da noch einiges in Planung. Deswegen hier 2 von 5. Ich weiß aber auch, du bist da auf einem guten Weg. Zumindest das, was du mir da erzählt hast. Titelauswahl selber. Kriegst du 4 von 5 von mir. Einziges, was zu 5 Punkten fehlt, ist vielleicht noch so die eine oder andere Überraschung. Aber alles schon relativ solide. Hier also tatsächlich deine beste Performance in dieser Bewertungsrunde. Insgesamt 11 von 20 Punkten. Und wenn du das so weitermachst, wenn du deine Strategie umsetzt, wie du es mir erzählt hast, und bei der Diversifikation, was natürlich auch mit der Strategie und mit Nachkäufen übereingeht, noch ein bisschen nacharbeitest, dann werden diese Punkte oder würden die natürlich theoretisch auch noch steigen. Ja, soviel zu Davids Depot. Ich war heute sehr kritisch. Mich hat die Diversifikation sehr, sehr, sehr gestört, weil ich einfach finde, das muss nicht sein. Natürlich kann man sagen, wir investieren an langfristig. Aber hohes Minus im Depot, das tut doch schon immer weh. Das möchte keiner sehen. Wir wollen lieber grün sehen. Oder wenn es schon rot ist, dann auf jeden Fall nicht so hohe Euro-Beträge. Wie siehst du das Ganze? Schreib es gerne in die Kommentare, ob du es eh nicht kritisch siehst. Oder ob du sagst, naja, da sieht der Sven das vielleicht ein bisschen zu eng. Lass gerne ein Like, lass gerne ein Abo da. Und wenn du am Depotroos teilnehmen möchtest, dann lies die Videobeschreibung, lad dein Depot bei Parket hoch und dann kannst du das nächste Mal auch von mir geröstet werden. Ich sage vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss.